Liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Atlas und nicht nur zu einer neuen Folge Atlas, sondern allgemein zu einem neuen Projekt in Atlas. Atlas, die zweite Staffel, startet bei mir auf dem Kanal und das Ganze passend auf unserem Community-Server. Und dazu gibt es ganz, ganz viele Neuigkeiten, die ich euch in diesem Video mitteilen möchte, bevor wir dann tatsächlich reinstarten in die zweite Staffel Atlas, worauf ich mich sehr, sehr freue. Okay, ihr seht, Johnny steht hier, Johnny hat nichts mehr, das liegt einfach daran, dass wir den Server etwas umgebaut haben. Was genau haben wir gemacht? Wir hatten ja die ganze Zeit, ihr erinnert euch, oder die Leute, die es noch nicht gesehen haben, Staffel 1 von Atlas, da hatten wir unseren Community-Server und darauf hatten wir die Blackwood-Map und darauf haben wir gebaut und den Freeport ausgebaut und, und, und. Nachdem wir da aber so ziemlich viel schon entdeckt hatten und man dann gemerkt hat, dass ein bisschen Langeweile aufkam, haben wir uns entschlossen, zusammen mit der Community den Server neu zu gestalten und den Server einfach ein bisschen, ein bisschen größer zu machen zum einen und zum anderen auch ein bisschen interessanter zu machen. Denn in dieser Staffel wird es so sein, dass wir keine feste Base auf irgendeiner Insel haben, sondern wir haben ein Schiff, mit dem wir uns in verschiedenen Clustern bewegen. Ich möchte euch das ganz kurz mal erklären, damit ihr, ja, damit man es so einigermaßen versteht, weil es ist recht kompliziert in Atlas. Das, was ihr hier seht, sind diese verschiedenen Clustern auf der, ähm, oder dieses Ganze, ich glaube, dieses Ganze, diese ganze Karte ist ein Cluster und, ähm, es laufen im Hintergrund bei uns aktuell zwei Server. Der eine Server birgt den Hauptcluster, ähm, und, äh, der zweite Server hat alle Nebencluster. Jetzt werden wir es so machen, dass die Nebencluster regelmäßig wechseln, sodass man immer wieder neue Inseln entdecken kann. Ähm, und, ähm, einmal im Monat wechselt auch der Hauptcluster, sodass wir, äh, quasi die komplette Ocean Map, oder wie auch immer man die in Atlas bezeichnen will, ähm, einmal, äh, komplett sehen können und dadurch auch, ähm, einfach immer ein bisschen unterwegs sind, on Tour sind, nirgends eine feste Base haben und somit gezwungen sind, ein Schiff zu bauen, ähm, mit dem wir dann immer von Cluster zu Cluster reisen. So mal ganz kurz, äh, die grobe Erklärung. Natürlich ist der Server auch, äh, wieder offen. Es sind mittlerweile, glaube ich, sechs, sieben, acht Leute, die sich gemeldet haben, ähm, dass sie hier mit auf dem Server spielen. Wer Interesse hat, das gleiche schon mal vorneweg, ähm, mit hier auf dem Server mit uns gemeinsam zu zocken, ähm, kann gerne bei meiner, auf meiner Homepage vorbeischauen, kallezock.de, dort auf Verschiedenes und dann auf Atlas Community Server, da ist alles erklärt. Ich hoffe, es ist verständlich erklärt. Wenn ihr Fragen dazu habt, ähm, wie ihr dann auf den Server kommt, wie ihr mitspielen könnt, was die Voraussetzungen sind und so weiter, dann gerne auf dem Discord-Server joinen. Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung zu diesem Video. Und da, ähm, könnt ihr mich oder auch den Mr. Drake, das ist der Server-Administrator, anschreiben und dann bekommt ihr natürlich nochmal eine genaue Erklärung, wie ihr hier mitspielen könnt, welche Voraussetzungen gegeben sind und, und, und. Ähm, es ist jetzt nochmal grob angeschnitten. Also wir haben quasi wechselnde, wechselnde Cluster hier in diesem Let's Play. Wir werden immer wieder was Neues entdecken. Nachteil ist, wir können keine feste Base auf irgendeiner Insel bauen, weil die Insel ja dann irgendwann verschwindet und durch eine neue ersetzt wird, sondern wir brauchen dann schon ein Schiff, mit dem wir uns dann von Insel zu Insel bewegen, Ressourcen holen, hochleveln und so weiter. Ähm, und dann, oh, hier kommt glaube ich eine Schlange. Ich habe nämlich mit Johnny noch nichts gemacht, ja. Eine Klapperschlange. Ähm, und quasi dann, äh, somit immer wieder neue Sachen entdecken können, unser Schiff ausbauen. Also wir werden quasi so eine Art, ja, wenn man es so sagen will, normalen Leben führen auf einem Schiff, mit dem wir dann immer unterwegs sind. So ist mal, äh, der grobe Plan für dieses Let's Play. So ist der grobe Plan für diesen Server. Wie sich das Ganze entwickelt, werden wir dann nach und nach sehen. Ähm, es gibt auf jeden Fall sehr viel zu entdecken. Man muss auch gewisse Voraussetzungen, ähm, haben, um eben im Level aufzusteigen. Es sind auch nur nicht alle Mods aktiv, äh, sondern die Mods werden durch Events auf diesem Server freigeschaltet. Also man kann manche Sachen im Singleplayer machen, nenne ich es einfach mal. In manchen Sachen wird man dann einfach die Hilfe von verschiedenen Leuten brauchen. Und, ähm, so werden wir dieses in dieser Staffel auch halten. Es wird Singleplayer-Parts geben, es wird aber auch Livestreams geben, mit denen wir dann, äh, mit mehreren Leuten zusammenzocken. Wir werden uns, das haben wir schon besprochen, eine Company machen, ähm, in der dann verschiedene Leute mit dabei sind und werden dann immer mal hier in dieser Staffel Livestream-Parts haben, die ich dann in handliche, äh, 20, 30 Minuten Folgen zusammenschneide. Wir werden aber auch mal Singleplayer-Parts haben, wo ich dann einfach alleine mit Johnny unterwegs bin und wir vielleicht ein bisschen am Schiff rumbauen. So ist mal der Plan. Also es geht hier weiter. Die Staffel 2 von Atlas startet und wir starten nicht einfach nur so rein, sondern wir starten direkt zur Servereröffnung am 1.9. um 19 Uhr mit einem Livestream hier rein. Ähm, gibt's bei mir auf Twitch. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wer möchte, schaut da gern mal rein. Da werden wir die ersten Schritte mit Johnny machen. Da werden dann auch andere Leute mit dabei sein. Also das ist so der allgemeine Serverstart. Wie gesagt, 7, 8 Leute, glaube ich, rund sind wir schon, die hier gemeinsam mit uns auf dem Server spielen sollen. Vielleicht noch so grob die Hinweise, oder spielen wollen, vielleicht noch grob die Hinweise, es ist ein PvE-Server. Es wird aber auch immer mal wieder PvP-Events geben. Das sind Absprache mit der Community. Und, ähm, die erste Voraussetzung ist einfach, dass ihr dem Discord-Server joint. Nicht, weil, ähm, das jetzt so toll ist, sondern einfach für die Weitergabe, ähm, an Informationen. Dafür ist der Discord einfach richtig, richtig gut. Sodass, wenn der Server mal neu gestartet werden muss, ihr vielleicht gerade spielt und, und, und. Sodass wir das dann schnellstmöglich kommunizieren können. Das ist also eine Voraussetzung. Ihr müsst, äh, um hier mitzuspielen, ähm, dem, unserem Discord-Server joinen oder meinem Discord-Server joinen. Und müsst da auch, solange ihr wie ihr hier auf dem Kanal, äh, auf dem Server spielt, auch dort bleiben. Ähm, damit einfach die Informations, der Informationsfluss relativ schnell gehen kann. Gut, Leute. Das sollte einfach nur ein kurzes Informationsvideo sein, hier zur zweiten Staffel Atlas. Ich freue mich sehr drauf. Ich habe richtig Spaß drauf, äh, richtig Spaß dran. Und ihr seht, es gibt schon viel zu entdecken. Wir werden Inseln entdecken. Wir werden anfangen, unser Schiff zu bauen. Ähm, wir werden mit anderen Leuten spielen. Es wird ein Mix aus Let's Play Together und, äh, Single-Player-Let's Play werden. Ähm, könnte auch wieder eine längere, eine längere Geschichte werden, hier bei mir auf dem Kanal neben Ark. Aber freue ich mich sehr drauf. Ich habe momentan, ich habe es schon öfter erwähnt, sehr, sehr viel Spaß an solchen Spielen. Und, ähm, gerade wenn man dann auch, äh, sowas Tolles hier auf die Beine stellt, ähm, ist das einfach eine großartige Sache. Ich selbst muss mich da ein bisschen rausnehmen. Ich habe nicht so die Ahnung, was Server angeht. Aber ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz offiziell bei Mr. Drake bedanken, der hier die ganze Arbeit reinsteckt, der sich um die ganzen Server-Geschichten kümmert, der die Mods installiert, der, ah, der macht so viel im Hintergrund. Es ist einfach Wahnsinn. Und, äh, an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen lieben Dank an dich für das Erstellen dieses Servers und, äh, für die Server-Administration, die du machst. Ist nicht selbstverständlich und ich freue mich sehr, ähm, so jemanden in der Community zu haben, der das dann hier auf die Beine stellt und uns solche Sachen ermöglicht. Also, liebe Leute, wer Lust hat, am 1.9., am Dienstag, 1.9. um 19 Uhr startet ein Livestream. Dann werden wir hier, ähm, bei Null anfangen und, äh, werden Johnny wieder hochleveln, werden anfangen, unser Schiff zu bauen. Und dann, äh, kommen nach und nach neue Folgen. Ich gehe mal davon aus, es wird, ja, einen Mischmasch geben. Wie gesagt, Livestreams, ähm, die ich dann in, äh, 20 bis 30 Minuten Folgen zusammenschneide und dann hier hochlade. Es wird aber auch Einzelfolgen Let's Plays geben. Gut, Leute, soviel dazu. Wir sehen uns, wenn ihr möchtet, am Dienstag auf Twitch. Schaut gerne auf der Homepage vorbei. Wie gesagt, da gibt's alle Informationen zum, äh, Community Atlas Server. Schaut auf den Discord vorbei, wenn ihr dabei sein möchtet. Da gibt's auch nochmal Infos, da könnt ihr auch nachfragen und so weiter. Würde mich freuen, den ein oder anderen, mit einem oder anderen von euch vielleicht zusammenzuzocken. Und, ähm, ja, dann darf ich mich bei euch bedanken fürs Einschalten. Und wir sehen uns zum Start der zweiten Staffel Atlas am Dienstag im Livestream. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.